Die Besten! Wir zeigen Ihnen heute unglaublich berührende und aufregende Geschichten. Es geht um die krassesten Entscheidungen, die alles verändert haben. Und los geht's mit der Kategorie Entscheidungen, die für Schlagzeilen sorgen. Dafür habe ich unser halbes Archiv mitgenommen, hier in mein wunderschönes Homeoffice. Denn wir haben die Titelseiten aus sechs Jahrzehnten durchsucht und dabei spannende Geschichten für Sie entdeckt. Zum Beispiel hier. Wir verraten Ihnen die wahren Gründe für das Aus. Oder die hier. Bundesliga-Fußballer Thomas Hitzelsberger bricht mit einer mutigen Entscheidung ein Tabu im Profisport. Wir zeigen Ihnen, was er wirklich bewirkt hat. Und dann gibt es ja noch die Geschichte von ihm hier. Entscheidungen, der erfolgreichste YouTuber der Welt, alle gegen sich aufbringt. Los geht's mit den Entscheidungen, die für Schlagzeilen sorgen. Das treffe ich auch mal eine unglaubliche Entscheidung. Ich sage, schön war's, aber Schluss für heute. Anne-Marie, ihr dürft einfach beide. Und Ihnen wünsche ich jetzt noch ganz viel Spaß hier auf Pro7. Und so jetzt los geht's. Alle drei zusammen auf die Plätze. Fertig. Tschüss.